Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Tamers Episode 17, Gargumon digitiert. Was wird in dieser Folge nur passieren? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde solche Titel dann doch manchmal ein bisschen zu offensichtlich, ja. Da finde ich Wargumons Geburt irgendwie noch besser, allerdings ist Geburt ja auch wie digitiert. Egal. Also, diese Folge ist meiner Meinung nach wieder eine der besseren Folgen, die zwar hier und da auch so ein paar kleine Fehler hat, aber darüber lasse ich reden. Zum Beispiel fängt es eigentlich schon damit an, also da ist halt ein Junge, der hat sich gerade an einem Automaten Digimon Karten gekauft und ja, dann wird er angerempelt und hat eine Karte mehr dabei und die heißt Wir, die besten Schüler. Die Karte gibt es auch in echt. Ich kenne zwar den Effekt nicht, ich glaube, sie hatte tatsächlich auch wirklich keinen Effekt, aber naja. Jedenfalls kommt diese Karte über Umwege nach Kenta. Habe ich kein Problem mit, auch wenn ich persönlich sagen muss, bei Katsu hätte ich das logischer gefunden, weil Katsu irgendwie der größere Digimon Kartenspieler ist und demnach wohl auch mehr Leute kennt. Und ich finde es seltsam, dass Kenta mit zwei anderen aus der Kartos-Klasse im Park steht mit Henry und die tatsächlich mit ihm reden und erst sagen, oh, die Karte ist total selten, aber was fängt man damit an? Willst du die haben? Nee, kann ich nicht gebrauchen. Und er, gut, dann schenke ich sie dir, Henry. Und zum einen verstehe ich nicht, wenn ich zumindest die Karten sammle, auch wenn ich jetzt nicht groß damit anfangen kann, ich meine, Sammler spielen ja auch nicht mit allem, denn die sammeln es einfach nur, um es zu haben, ne? Dann würde ich die Karte ja eigentlich behalten. Und dann finde ich es schon komisch, dass er die nicht haben will und dass Kenta sie einfach Henry gibt, ohne irgendetwas anderes dafür zu verlangen. Und wie gesagt, ich meine, dass Kenta mit Henry vielleicht redet oder zu tun hat, könnte ich ja nachvollziehen. Allerdings gibt es keine Folge davor und keine Folge danach, in der Henry jemals groß mit Kenta geredet hat und da wirkt es auf einmal so total, ja, unfähig, also so, als ob da irgendwie so, so unfertig, als ob da irgendwie eine Szene fehlen würde oder eine Folge fehlen würde, die wir verpasst hätten. Ist natürlich nicht der Fall und deswegen, ich finde das irgendwie komisch. Und auch eben so, dass die überhaupt mit ihm reden und er ihm die Karte schenkt. Naja, Terriamon meint wiederum, was hat er denn da für eine Karte bekommen? Henry weiß es nicht, er will sie dann eben durch das Die-Arg ziehen. Ehrlich gesagt, ich finde das ein bisschen seltsam, weil hätte er jetzt noch den normalen Kartenscanner gehabt, dann hätte er ja irgendwie den Wert der Karte oder so gesehen. Das wäre noch einleuchtend. Aber wenn er eine Karte durch das Die-Arg zieht, dann geht der Effekt ja eigentlich auf Terriamon über. Und wenn er überhaupt nicht weiß, was diese Karte für einen Effekt hat, die dann einfach bei Terriamon quasi auszuprobieren, ist schon ein bisschen gewagt. Also ich weiß nicht, so Takato hätte ich zugetraut, Rika vielleicht auch, aber Henry hätte das doch eigentlich ein bisschen hinterfragen sollen. Naja, aber als er sie durchzieht, passiert ja in dem Sinne nichts bei Terriamon, weil sie sich in eine blaue Karte verwandelt, was Henry natürlich wundert. Also beschließt er auch seinen Vater daraufhin dann anzusprechen und dieser wiederum analysiert diese Karte und erschreckt sich dann auch, was Henry auch ein bisschen bemerkt. Aber er tut natürlich so, als wäre das nichts und dieser Code von Einsen und Nullen sei nur bedeutungslos. Natürlich nicht, es ist natürlich eben ein Code, den er lesen kann und er weiß auch sofort, worum es sich handelt, aber das erfahren wir natürlich noch nicht. So. Er wundert sich natürlich auch, dass Henry immer noch auf Digimon steht, wie er im Deutschen ja so schön sagt. Und Henry wundert sich dann auch nur, hä, wieso sagt er das so und so? Aber es ist dann wieder egal. Naja, jedenfalls kommt es dann eben so, dass sich am nächsten Tag Takato, Henry und Rika eben auf die Suche machen, wer diese Karte bekommen hat, weil sie wissen wollen, ähm, ja, woher die Karte generell eigentlich kommt. Und dann sprechen sie mit Kenta und der erzählt dann eben, von wem er die Karte hat und dann sprechen sie mit dem Nächsten und der sagt wieder, von wem er die Karte hat und so weiter. An der Stelle muss ich sagen, mich stört ein bisschen was. Ich weiß, dass Digimon auch überwiegend wahrscheinlich in Japan von Jungs geguckt wird oder zumindest so gemacht wird, dass Jungs es interessanter finden. Aber die Tatsache, dass sie, ich glaube, bei drei bis vier Leuten, also Gruppen, vorbeiging und in keiner dieser Gruppe wenigstens ein Mädchen war, sondern nur Jungs, finde ich doch ein bisschen seltsam. Jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, Jungs und Mädchen spielen in dem Alter nicht zusammen, aber ich denke, so mit zehn, elf Jahren, äh, wird es doch vielleicht schon ein Mädchen geben, das jetzt kein Problem hat und auch mal mit den Jungs rumhängt oder so. Und ja, also wenigstens ein Mädchen hätte ich für realistisch befunden, aber keins ist dann noch ein bisschen unrealistisch. Naja, jedenfalls kommen sie dann bei dem Jungen, den wir am Anfang gesehen haben, an und er erzählt dann eben, dass er angerampelt wurde, dann eine Karte mehr hat und dass er sie eben in Akihabara bei den Elektrogeschäften gekauft hat und dort wollen die dann natürlich auch hingehen. Dann sind sie auch im Park. Überraschenderweise ist es so, dass dann Henrys Vater auch kommt. Das finde ich jetzt auch nicht zu zufällig. Er hat nämlich, wahrscheinlich als er ausgestiegen ist bei dem Zug oder S-Bahn, wie auch immer, da hat er halt bemerkt, dass er sein Handy irgendwo liegen gelassen hat und wahrscheinlich wollte er dann durch den Park gehen, um eben schneller zu der nächsten Station zu kommen, weil es wahrscheinlich kürzer ist. Und während dann Impmon auftaucht und erstmal Terriamon wieder zum Kampf herausfordert und der natürlich auch erstmal nachfragt und so weiter, ist es dann halt so, dass Henrys Vater auftaucht und erstmal fragt, ob das Digimon sind und so. Und ja, Impmon greift ihn noch an, Terriamon beschützt ihn und als Impmon aber erfährt, dass es sich dabei um Henrys Vater handelt, da haut er dann eben ab. Da merkt man eigentlich schon, dass Impmon gar nicht wirklich böse ist und die Tamer und die Digimon eigentlich schon irgendwo mag. Terriamon zieht er halt wahrscheinlich noch ziemlich gerne auf und ja, deswegen hat er sich dann eben auch verabschiedet und ist dann quasi weggegangen. Also beziehungsweise verabschiedet, also aus dem Staub gemacht halt. Ja, Henrys Vater will dann natürlich erstmal mit ihm reden, aber Henry haut erstmal ab und ich denke, das ist eine, ja, natürliche Reaktion, eben Fluchtverhalten im Sinne, oh mein Gott, mein Vater hat das mitgekriegt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und der ist jetzt sogar sauer, ich muss erstmal weg, klar einen Kopf bekommen und so. Ja, und dann ist es eben so, dass sie in Akihabara sind und ja, Takato macht sich natürlich Gedanken um Henry, Rika dagegen sagt, ja, wir sollten uns keine zu großen Illusionen machen, auf uns kann das auch irgendwann zukommen. Und das finde ich in dem Punkt eigentlich auch nachvollziehbar, weil sie hat schon irgendwo recht, irgendwann passiert es auch und dann kann man auch nicht irgendwie sich mehr herausreden und so alles, aber sie bleibt natürlich schon ziemlich, ja, gelassen und cool, während Takato halt eben wirklich einfach der sanftmütigere ist und sich da mehr reinversetzen kann. Ja, dann auf einmal spinnen die Elektrogeräte, ein Digiwaffle öffnet sich und es tauchen 2D-Vadigimon auf, Vajiramon und Pajiramon. Vajiramon ist der Büffelstier und Pajiramon ist die Ziege. Und ja, ich weiß nicht genau, also erstmal finde ich es ja gut, dass hier jetzt mal 2D-Va auftauchen, weil man dann ja irgendwie das Gefühl hat, dass sich das nicht ganz so ziehen tut. Bringt natürlich nicht viel, weil ja das eine sowieso überlebt, aber was mich so ein bisschen stört, ist einfach die Sache, die müssen auf einmal CDs und so fressen und so, also Hardware und Software, um sich zu stabilisieren. Alle für sich habe ich kein Problem damit, aber das ist bis jetzt bei keinem anderen Digimon, das durch ein Digiwarpfeld erschienen ist, bis jetzt der Fall gewesen. Da hat sich bis jetzt kein Digimon irgendwie dran gemacht, CDs oder Fernseher oder sonst irgendwas zu fressen. Und auch danach ist das nie wieder passiert, sondern nur hier. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich muss das jetzt wieder erwähnen, ja, weil wenn es nicht von mir ist, erwähne ich das immer. Ich habe ja die Folge auch wieder mit meinem Mann gesehen und er meinte, vielleicht liegt es daran, dass sich zwei ziemlich starke Digimon an einer und derselben Stelle materialisiert haben. Das lasse ich natürlich irgendwie noch durchgehen, das würde Sinn machen. Natürlich frage ich an der Stelle, was denkt ihr darüber? Warum mussten die auf einmal, um sich irgendwie zu stabilisieren, Hardware und Software fressen? Seht ihr das genauso wie mein Mann oder habt ihr eigene Theorien oder gar keine Ahnung? Schreibt es mir in die Kommentare. Natürlich möchte ich auch wissen, wie ihr die beiden Deva Digimon findet, ob ihr eins davon besser findet, beide gleich gut, beide gleich schlecht. Schreibt mir das ebenfalls in die Kommentare. Naja, Digimon musste natürlich erst einmal, jetzt könnte man sagen, aus Plotgründen, damit ja eben Terriamon jetzt glänzt, könnte man meinen, zurückbleiben, also wegbleiben in dem Sinne, weil vorher hat er ja auch gesagt, dass er nicht mit kann, weil Takato meinte, er kann ihn nicht mit in den Zug nehmen. Da habe ich so ein kleines Problem. Im Prinzip könnte ich sagen, ja, okay, ich kann Takato verstehen, der kriegt bestimmt nicht unendlich Taschengeld und wenn sie mit dem Zug hin und her fahren, müsste man für Digimon auch bezahlen. Nein, zumindest denke ich, dass Takato das tun würde, wie er es ja später auch mal gemacht hat dann. Also später machen wird, sagen wir es so. Aber auf der anderen Seite, Takato rennt mit Gilmon die gesamte Zeit immer durch die Gegend und er hat überhaupt kein Problem damit und er sagt selbst, dass es ihm nicht peinlich ist, aber ihn mit in den Zug nehmen will und kann er nicht. Das finde ich doch ein bisschen seltsam, um ehrlich zu sein. Also das ist halt zwar irgendwie nachvollziehbar, ihn nicht unbedingt mit in den Zug zu nehmen, also so aus meiner Sicht heraus ja, also weil ich würde es ja eh wie Rika sehen und mein Digimon nicht überall rumlaufen lassen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich so aus Takatos Sicht das sehe, wirkt es jetzt so wie, wir wollen Gilmon mal zurückschrauben, damit die anderen beiden auch mal vorkommen und finde ich nicht so gut. Aber ja, wie immer, wie seht ihr das mit Gilmon? Findet ihr das, auch wenn es seltsam ist, gut? Oder sagt ihr, es ist gar nicht seltsam? Und schreibt es mir auch in die Kommentare. Nun ja, jedenfalls ist es dann eben so, dass es zum Kampf kommt mit Renamon und Terriamon gegen die beiden und Takato, Rika und Henry nutzen dann auch erstmal eine Karte. Henry, den Riesenhammer, Rika heißt Speedplug in W, war es, soweit ich weiß. Da haben dann bei Renamon die Pfoten halt geleuchtet, also so feurig geleuchtet und sie haben halt angegriffen. Ich verstehe jetzt in dem Punkt nicht. Man hat auch gemerkt, dass sie eine Weile gebraucht haben, wieder um die Daten zu erfassen. Sie haben auch geschätzt, dass es vielleicht Deva sind. Und ich meine, trotz alledem sind es Ultra-Level-Digimon. Und ja, sie nutzen Karten und lassen die Digimon nicht digitieren. Klar, wir wissen, die Karten haben natürlich Effekte und können natürlich einen Kampf auch mal ausgleichen. Aber als Rookie gegen ein Ultra ist natürlich schon ein ziemlicher Unterschied. Vor allen Dingen, wenn wir an die Folge U-Bahn-Schreck denken, als Rika feststellte, dass Sandiramon ein Ultra-Digimon ist, hat sie sofort gesagt, dass Renamon digitieren muss. Hier ist es jetzt offensichtlich belanglos. Terriamon digitiert natürlich dann schon, weil er halt gegen Pajiramon keine Chance hatte. Der Hammer hat sich auch nicht als wirkungsvoll erwiesen, weil Pajiramon ihn weggekickt hat. Ja, ist halt ein Ziegenbock, ne? Naja, und Gargomon selbst hat aber auch nicht viel gebracht. Henry hat zwar hier eine Karte gespielt, um einmal ihn schneller werden zu lassen, das hat nichts gebracht, weil Pajiramon so kräftig ist, dass es auf dem Boden aufstampfte, kurz der Boden bebt und Gargomon umfiel. Es hat auch nichts gebracht, als es auf Gargomon drauf trat, nachdem er halt am Boden festhing wegen der Armbrust, dass er ihn versteinert hat. Das hat es eigentlich nur schlimmer gemacht und so alles. Also es war eigentlich sehr sinnlos. Also hier wurden meiner Meinung nach Karten gespielt, die leider nichts gebracht haben. Auch verstehen tue ich nicht. Rika hat gar nichts mehr gemacht. Pajiramon meinte, er ist gespannt, wie Renamon aussieht, wenn er digitiert. Renamon hat aber immer nur wieder mit Diamantensturm angegriffen. Pajiramon hat einfach nicht ernst gemacht. Renamon selbst halt auch nicht wirklich. Und auch wenn es dann am Ende der Folge vielleicht eine Erklärung gibt und so alles. Aber im Prinzip, ich finde, es macht keinen Sinn, dass Rika Renamon hat nicht digitieren lassen, dass sie keine Karten weitergespielt hat. Also das war eigentlich irgendwie nur dämlich. Ja, letztlich war es dann so, dass Tarkato zu Henry meinte, als Gargomon eben ziemlich in Schwierigkeiten geriet, er solle die blaue Karte mal benutzen. Aber Henry war das nicht geheuer. Aber er hat es dann doch gemacht. Interessant war, dass Carlumon natürlich wieder dabei war. Und auf einmal, ich meine, ich könnte mich irren, aber ich bin mir sicher, dass es in Folge 14 nicht passiert, als Henry die blaue Karte spielt, passiert im ersten Moment ja kurz gar nichts, was ja auch die beiden Jungs wundert. Und dann reagiert Carlumon, beziehungsweise das Dreieck auf seiner Stirn. Und wir wissen, dass Carlumon ja immer was mit der Digitation zu tun hat. Aber ich bin mir sehr sicher, als Grollmon zu Wargrollmon digitiert ist, da hat man Carlumon eigentlich nicht gesehen, dass es geleuchtet hat. Ich meine, bei der Digitation selbst ist auch dieser rote Diamant, kann man so sagen, also dieser Edelstein. Und Carlumon ist da drauf. Und dann weiß man, Carlumon hat was mit dazu zu tun. Aber als Tarkato die blaue Karte gespielt hat, hat das Grollmon relativ schnell zu Wargrollmon digitiert. Hier dagegen ist das Licht irgendwie erstmal irgendwo hingestrahlt und dann hat es ein paar Sekunden gedauert, bis Carlumon reagierte. Und klar, ich finde es gut, dass man das in Szene setzt, aber ich weiß nicht. Also ich kann mir irgendwie immer noch nicht genau vorstellen, dass wirklich nur Carlumon was mit der Digitation zu tun hat. Also ich meine, im Prinzip ist es ja so, dass sie das Diag haben und man könnte sagen, dadurch, dass die blaue Karte da durchgezogen wird, wird er Carlumon aktiviert und gibt den Effekt zur Digitation frei. Aber irgendwie finde ich das mit Carlumon nach wie vor zwar nett, aber irgendwie auch blöde. Weil für mich steht eigentlich immer fest, dass wenn die natürlich auch irgendwie dementsprechend Emotionen haben, die Digimon darauf reagieren und digitieren können. Also Carlumon finde ich da nicht so gut. Dieses, unser Digimon ist jetzt schon ein paar Mal zum Schämpchen digitiert und jetzt nutze ich eine Karte und es digitiert wieder, finde ich da natürlich besser, damit man überhaupt einen Auslöser hat, weil man kann ja nicht immer wütend oder fröhlich sein oder so oder jemanden beschützen wollen. Das ist irgendwie sinnvoller, aber das mit Carlumon, ja, ich weiß nicht, das ist bei mir irgendwie so eine Sache, die ich nicht so gut finde. Aber wie immer, das ist meine Meinung und deswegen frage ich, weil da können die Meinungen auseinander gehen. Findet ihr das mit Carlumon sehr gut? Findet ihr das okay oder auch seltsam? Oder findet ihr das schlecht? Schreibt mir das ebenfalls in die Kommentare. Naja, Gargumon digitiert dann erstmal zu Rapidmon. Die Ultra-Digitation fand ich an und für sich nicht so eindrucksvoll. Ich fand sie einfach okay. Ja, Rapidmon selbst war jetzt natürlich auch nicht das besondere Highlight. Es war jetzt eigentlich dasselbe, was wir schon aus dem Digimon-Film kannten, weil Digimon, der Film lief ja auch bei uns mit den drei Teilen halt. Und ja, da war es halt ein Amor-Level in Gold und hat da eben noch goldene Ringe und jetzt ist es eben statt Gold grün und hat keine Ringe mehr. Aber im Prinzip, es war zwar nett, aber man kannte es schon und deswegen hat es mich jetzt damals nicht vom Hocker gehauen. An und für sich finde ich Rapidmon eigentlich schon cool. Wobei es auch geht, also zum Beispiel, dass es so dünn ist oder so oder auch diese Füße so, das finde ich nicht so toll, aber ich finde es eigentlich schon cool. Frage an der Stelle aber auch, wie findet ihr Rapidmon und findet ihr Gargumon besser? Naja, und dann hat Rapidmon natürlich es geschafft, Pajiramon zu besiegen. Eigentlich hat das Pajiramon auch besiegt, aber ja, warum auch immer, obwohl das voll getroffen wurde, ist Pajiramon irgendwo anders wieder aufgetaucht. Und das ist etwas, was ich in der Folge wirklich, ja, scheiße finde, weil wieso? Wieso ist Pajiramon, obwohl es eindeutig getroffen wurde, an einer anderen Stelle wieder aufgetaucht und hat überlebt? Das ist für mich unlogisch. Hier könnt ihr aber gerne schreiben, falls ihr eine Begründung habt, die irgendwie logisch erscheint. Das würde mich sehr interessieren. Nun ja, interessant ist dann natürlich noch, dass Henry jetzt dann auch mit seinem Vater darüber redet und er ist auch sehr erleichtert, dass er darüber Bescheid weiß und er erzählt ihm dann das auch mit dem Kot und mit Jibumi und dass er und eben einige Freunde von ihm, damals halt vor so circa 20 Jahren, er sagte ja ungefähr 20 Jahre her, dass sie quasi die Digimon erfunden haben beziehungsweise die Grundlage davon, also die Vorgänger der Digimon und so alles, aber dadurch, dass sie keine Sponsoren gefunden haben und auch kein Geld mehr hatten und so mussten sie das Projekt einstellen, aber dass die ganzen Digimon, die es jetzt so gibt, eben den Monstern, die die damals erfunden hatten, nachempfunden worden und so. Und eigentlich ist das schon ein ganz interessanter Aspekt und der gefällt mir auch, weil man hier auch eine Entstehungsgeschichte der Digimon hat und sie quasi nicht einfach so im digitalen Netzwerk so wunderwas erschienen sind und existieren wie in den ersten beiden Staffeln. Naja, und dann ist die Folge quasi schon fast beendet. Wie gesagt, Vajiramon ist auf einmal da und es will unbedingt, dass Renamon mitkommt und Renamon geht mit und er sagt dann halt nur, es gibt Sachen, die eben nur Digimon verstehen. Rika versteht das nicht, ist natürlich ein bisschen außer sich und dann ist Renamon auch schon weg. Und sie fragt sich nur, was bedeutet das? Es gibt nur Dinge, die nur Digimon verstehen. Ja, ich verstehe auch persönlich nicht, warum Renamon unbedingt mit Vajiramon mitgehen will, warum Vajiramon überhaupt mit Renamon reden will. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Ich habe es persönlich auch nie wirklich verstanden. Klar, in der nächsten Folge gibt es dann so ein paar Sachen, die Renamon halt für sich herausfindet und dann eben auch dementsprechend darauf reagieren kann. Aber so Anne für sich, ja, es ist schon ein bisschen komisch. Nun ja, letztlich muss ich sagen, die Folge finde ich eigentlich ziemlich gut. Jetzt nicht nur, weil Gargomon eben zu Rapidmon digitiert ist und weil wir zumindest ein Deva weniger haben, was sowieso nicht so wichtig war, sondern weil es ja auch irgendwie ein Cliffhanger ist wegen Rika und Renamon, aber auch wegen Henrys Vater, dass der Bescheid weiß und eben auch die Entstehungsgeschichte der Digimon. Und von daher, ja, verglichen zu den zwei Folgen davor, die eher so ein bisschen langweilig waren oder auch schlechter für Tamers Verhältnisse, ist diese Folge meiner Meinung nach wieder eine der besseren Folgen. Aber, das könnt ihr mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, fandet ihr die Folge besser als die zwei davor? Fandet ihr sie genauso gut oder genauso schlecht oder schlechter? Schreibt es mir, wie gesagt, in die Kommentare.